herzlich willkommen bei so lasst damit hallo ja wir sind jetzt in körper haben ein bisschen sachen verkauft wir gehen jetzt hier zu den imperialen imperialen außenposten um die quest zu machen dann haben wir hier noch die themarischen ruinen und dann da unten das manner kolonische ruine dass das ruine das ruine genau wir gehen zu das ruine wir reisen jetzt erst mal dahin da können wir leider uns nicht porten nicht okay dann müssen wir laufen mal gucken vielleicht wenn wir wieder von ein paar wölfen überfallen eine lange rast was ist wenn ich schnell mache weniger ist ein tag sehr schön schade ich dachte schon daran könnte wieder ein paar wölfe kaputt hauen das war schon der blutdurst so er war doch dieses camp was für ein camp hier sind gegner warte ja ja ich bin das sind so weit gegangen ja ein erz magier hier war das camp hier haben wir bei der karawane die ist nicht nur da ok jetzt müssen wir hier irgendwie warte mal hier oben sind hier oben sind gegner ein erz magier ich sehe hier oben auf diesem hier da muss hier auch so ein veteran und ein erz magier und böser priester machen wir schleichen wo die paladin kann überhaupt nicht schleichen ich guck mal grad wo der hochkommt warte mal die sehen dich doch jetzt jeden moment ja ich kann auf jeden fall schießen denn er die sehen mich nicht ok jetzt muss die paladin irgendwie wo kann die hier drauf da kann sie ok kommt ihr auch nach oben ja da komme ich jetzt auch hin so super ok jetzt schieße ich und dann geht's los alles klar ein böser priester sehr überrascht haben wir so überrascht der trifft bämm ich bin immer noch unsichtbar solange ich unsichtbar bin kann ich auch noch schließen mit vorteil ja da kommt der krit tot schon hinüber wobei wir lassen dass es im echt welchen doch versteckt sein ups wieso springt er darunter keine ahnung wieso sind wir noch versteckt ja nur die aber die paladin einfach extrem laut ist genau sie ist während sie sich nicht bewegt extrem laut beim atmen so mein freund komm ruhig in meine nähe eigentlich habe ich keine lust jetzt schon wieder mana rauszukloppen für die so das ist so wie hier ist ein langer kann man essen lagerfeuer du kannst ja ihr sie da ist ein dann zwei gegner nur ach so ich hab schon eingetötet da ist ja überhaupt niemand ganz auf sieben schaden sonst kann ich noch nicht für musste ein bisschen andere zauber machen ich hab einen gipfel geschossen ja gut er ist wenigstens verätzt er kriegt jetzt auch einen schaden die ellen braucht meine hilfe eigentlich gar nicht ne ne man kann es einfach rüberlaufen und erstmal ja kloppen geht das ja ich komme da jetzt nicht hin aber in die nähe uns verstecken werden ja boah das ist mein sprung alter er ist immer noch versteckt er ist immer noch versteckt ja klar er ist immer noch versteckt er ist immer noch versteckt er ist immer noch versteckt er ist immer noch er ist immer noch sehr schön er ist immer noch oh den erst mal kann ich auch angreifen dann machen wir das doch aber scheiße oder auch nicht mach konnte dann treffelchen du hast jetzt neun schaden gemacht das ist jetzt nicht wirklich viel mehr als was ich gerade gemacht habe das zählt nicht guck mal ich bin äh ich bin immer noch unsichtbar reicht nicht reicht nicht reicht doch ernsthaft hier schaden ja guck mal der hat jetzt schaden gekriegt ja wo ist meine reaktion da so glückhaft ja eine reaktion ist in der luft rum zu schütteln er tut es dir nach reicht nicht ich weiß noch wie die wie die stark waren ja ne oder vielleicht waren wir einfach nur furchtbar schwach ja beides na tot fast oh bad luck ich will dir helfen ich will dir helfen arkana vivo mal mit schießt die wieder alles mal hin doch nicht boah das war krass hu 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 das waren fast 30 schaden ey ja manchmal hat die auch mal die ist stark du musst halt nur dich trauen deine mana rauszukommen je ich will mich nicht bewegen ich will draufhauen naja ich will mich nicht bewegen ich will draufhauen naja der ist ja auch schon halb tot ja sicher nach kritischer fehlschlag ja gut, das passiert genau, focus oh, crush them hinter ihnen das ist so krass, der macht gar nix hauptsache du bist immer noch versteckt schön, wir haben den vorteil schön, der krit wieder gut das ist krass, ey erfreust du dich an deinem damagepotential der gefällt mir, der Bogenschütze ich weiß nicht, wieso dir Bogenschützen immer so gut gefallen na, boah sieben Schaden langgerast gib ihm fuck was war oh läuft die denn so umständlich, ist sie doof ich habe sie mit erran dir aufgehoben ich wollte das eigentlich mit der ellen aufnehmen ja und was haben die schönes dabei was weiß ich ich habe essen mitgenommen geld und eine wütende violetta ja jetzt hatten wir erzmager dabei oh, da ist was guck mal ah kerzequesta, das war es schon ok stiefel des schreitens und springens hast du gefunden? hier, schau mal name ne die haben wir schon ja, wie die haben wir schon nein, die haben wir schon heißt was habe ich denn gesagt immer die schriftrolle des feuerwalds mit das ja auch schriftrollen wirken ohne dann magie zu verbrauchen das ist schriftrollenaussrüstung der brauchst du ja nicht du hast ja eine und gift rüsen möchte sie nicht mitnehmen wir haben genug davon wir haben sowieso kein giftmischer okay ich bin mir ziemlich sicher dass es amethyst heißt und nicht amethyst okay ich weiß nicht guck mal nach nachladen und dann gehen wir zum nächsten ausrufezeichen ja die marische ruinen wie war das war es jetzt da oder was ja schnell zwei tage du musst nur was finden okay so wir sind zurück und wir müssen dahin wo diese zombies rumhampeln okay das ist jetzt apostasie hier ne bist du bereit na es gibt es direkt okay man verstecken und jetzt schießt mal ein feuerwald da rein bitte wenn da gleich mehrere auf einem haufen stehen ach jetzt gehen die alle raus das ist kein schaden gemacht offenbar nicht so keine ahnung okay dann lock ich den kampf und du schießt gleich noch mal im moment ich kann die gar nicht anwesend so kann ich sie nicht anwesend ach das sind freundlich das sind doch keine gegner was soll denn der scheiß ich dachte das wäre ein gegner deswegen hat das nicht das ist ein das ist ein das ist ein der folgt oh krass ja ist das behirft ja ist das behirft Toll. Richtig toll. Ist das behindert? Auch der Tod kann dich hören. Was hast du vergessen? Ja, den Zauber zu machen. Ach, du bist jetzt nicht dran, ne? Ach, Mann, das ist voll... Das ist richtig doof. Das haben die doof gemacht. Jetzt bin ich sauer. Ich möchte einen Beschwerdebrief an die Entwickler schreiben. Ja. Warte mal. 1... Du triffst nur 2, ne? Und hier vorne triffst du 4. Triffst du dann triffst du uns nicht, ne? Was weiß ich nicht? Du schießt hier einfach alle weg, ey. Du hast hier Gegner ja auch gerade nicht getroffen. Ich soll da jetzt ein Feuerball reinschießen. Ja, aber ich treffe uns doch mit. Probierst doch aus. Steht da, dass du uns triffst? Ich? Ja, gerade hast du die Gegner auch nicht getroffen, ja. Also die, die, die verbündeten Gegner, die verbündet waren, jetzt Gegner sind. Ich glaube, dass ich uns mittreffe. Okay. Aber... Ja, dann mach es halt so, dass du nur die 3 triffst, ja. Ja, das kann ich nicht. Doch, klar. Ne, kann ich nicht. Richtig? Nein, weil das eine Kugel ist. Ja, ich dachte, das geht. Wenn ich das jetzt einen nach hinten ziehe, dann habe ich euch beide direkt mit drin. Dann zieht es einen nach oben. Dann geht der vorne links raus, wenn ich das mache. Hm. Ja gut, dann schieß irgendwie. Einen Schießenblitz, mir egal. Ich bin mir relativ sicher, dass du uns nicht triffst. Ich würde es mal probieren, sodass du alle 4 erwischst. Dann lebt mit dem Ergebnis. Wir sind resistent gegen Feuer, siehst du. Guck mal, die Zombies sind fast alle kaputt. Die haben alle ein Leben. Ist das dein Ernst? 21? Ja, wir haben doch gar keinen Schaden gekriegt. Aber die Alien hat weniger Leben. Ja, aber hatte die Feuer schon. Guck mal, das ist fast alle getötet. Ja gut, du machst trotzdem Schaden, ja. Du kannst alle 4 töten. Mit Tatendrang. Warte, warte. Lauf hier hin. Da musst du nicht nochmal laufen. Wenn es geht. Das kannst du alle achten. Das ist geil, ey. Die räumt hier auf, ey. Perfekt. Perfekt. Also ich finde die Giselle ziemlich stark. Ich glaube, die hat 20, 40, 60, ich glaube 80 Schaden oder so mit dem Ding gemacht. Na gut. Also wer soll das denn bitte nachmachen? Oder sind noch mehr Opfer? Hm. Freust du dich? Rade. Erstmal Nachteil. Lichtempfindlich. Ist ja witzig. Oh, schön. Was denn? Die stehen da so schön. Oh, schön. Was denn? Die stehen da so schön. Was denn? Ja, scheiße. Na, 4 gewürfelt. Glücksfilz. Ich bin auch wieder richtig stark hier. Ich finde, der macht okay Schaden dafür, dass er eigentlich ein Fernkämpfer ist. Also treffe ich den nicht. Also treffe ich den nicht. Also kann ich mehr. Ja. 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 Vielleicht sollte ich keine kriegen. Ja gut doch. Ja gut doch. Ja. Ja ich bin defensivor. Der ist resistent. Ja. Ja. Der Leben war ja auch nicht resistent. der ist aber noch am nachteil was über zwei gewürfelt Nehmt... Ah ne der hat er schon. Ok. Huch! Ein guter Kuss, wie sie sagen. Das war's schon. Was haben wir denn hier? Uuh! Wofffeuer. Mückszett. ok jetzt müssen wir die hier eben hier ja dann müsste dinger bauen mit weihrauch oder was mhm ist noch einer da ich nicht n na nicht sind wir aber ... und die Worte zu produzieren? Barely! Waren monsters nicht auf der Bay von deinem Valleys? Wir hörten sie römen in der Nacht! Weren't you spared the worst of the manor collapse? What? Und yet you survived how many years here? But my prayers weren't answered! Yes, they were! You were just too mad with grief to see it! Behold, the power of Arun, Apostate! It won't work, you fool! That's probably not so good for you! New zombies? We tried it, now we have to make them happy! So! Slow! Do you want to go away? I don't know... Noch kommt da eins, ey! Mein Gott! I am unbeatable! Der ist doch schon fast hinüber! Ja, der hat einen ordentlich kassiert, ey! Der hat 41 Schaden gekriegt! Was ist das denn? Die Paladin ist echt krank, ey! Die Paladin ist echt krank, ey! Ich glaub, ich komm gar nicht mehr dran, ey! Das geht nicht! Das geht nicht! Ja, du bist da umzingelt! Warum auch immer ihr da jetzt steht und wir da so stehen, ich weiß es nicht! Ich bin weg! Das ist so geil! Du brauchst gar nicht so weit weg gehen, ne? Ich kann kein Mensch angreifen! Geht aber darum, dass ich angreifen kann! Kannst du sowieso, ja! Das ist so krass, ey! Dieser Zauber! Der ist schön, ne? Der ist schön! Jetzt habe ich irgendwie vergessen, das Ziel zu machen, ja. So, schaffst du es, den zu One-Shotten? Nein, wahrscheinlich nicht. Ach, komm ey, wofür habe ich mich unsichtbar gemacht? Krasser Scheiß, ey. Wie, das war es jetzt? Ja. Ja, wir haben es geschafft. Dann, können wir ja weiterreisen, oder ist hier noch irgendwas? Nein, ne? Ja, ich würde jetzt noch ein paar Pflanzen sammeln. Ja, das kann ich ja machen. Aber ansonsten würde ich sagen, war es das? Okay, dann reisen wir mal zurück. Mhm. So, wir reisen jetzt hier unten hin und da müssen wir auf jeden Fall noch zu dem Händler. Normal vier Tage, schnell drei Tage, schnell. Schnell ist gut. So, wir sind da. Kommen wir hier irgendwie runter? Ne, jetzt müssen wir echt runterlaufen. Okay. Dann einmal runter bitte. Aha. Ich habe gerade festgestellt, dass wir alle schon jeden Quests hatten, außer der Dark. Ich finde das Amulett. Vielleicht kommt da noch was. Ich tue die Bibliothek und bringt das Amulett zurück. Das Acker, ne, um mehr. Das ist wichtig. So, wir müssen aber hier kurz vorher handeln. Hä? Achso. Es gibt nämlich hier Sachen, die ich gern hätte wahrscheinlich. Und zwar müssen wir nämlich einen Langbogen bauen. Ich glaube, Sturmbogen ist das ja. Ja, 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 ja. Ich glaube, das ist es. Hä? Scheiße. Jetzt habe ich es, äh, wie es ist. Sturm Bogen war es, ne? Hm? Genau. Okay, habe ich nicht noch was zum Verkaufen? Ja, die Schuhe, ne? Die kriegst du nur 5 für? Pfff. Naja, besser als nix, ne? Hm? 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 Wolkendiamant. Na, haben wir den schon? Wolkendiamant, bin ich mir nicht sicher. Präparierter Langbogen ist ja auch so ein Problem. Okay, sehr schön. Und jetzt müssen wir in die Bibliothek. Hm? Hier. Und da müssen wir ein Amulett finden, ja? Wer? Oder im Grunde, ich bin mir nicht ganz sicher. So. Wir suchen mal das Amulett. Hier ist ein Ruhenrätsel, wir haben Ruhenrätsel gefunden. Ja gut, okay, warte, dann muss ich zu dir kommen. Äh. 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 Scheiße. Irgendwas ist falsch gewesen. Ah, wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Äh... Wir brauchen vier Leute. Einer ist da, wo der R an dir steht. Da kannst du gleich hin. Einer muss hier hin von euch. Na ja. Und da kann die Giselle hinter... Nee. Ah, hat geklappt, okay. Hinter uns. Bissario-Marke... Findet die verbleibenden Juwelen? Was? Ich muss mal hier gucken. Luft Elementar. Nee. Aber ich sag mal, wird jetzt gefunden oder nicht? Das weiß ich nicht. Oh, luftelementare. Vier Stück. Die kennen wir noch gar nicht. Das hab ich gerade eben noch Sachen. Da kommt... Oh, luftelementare. Ja, 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 ja. Aber wieso ist das ein Nachteil? Ach... 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 Unbeleuchtet, ist das auch noch dunkel, ja? Ja, ja, ja. Dann mach ich nicht. Das sieht gar nicht dunkel aus hier, oder? Nee, überhaupt nicht. Oh, den kann ich. Ich weiß halt nicht, was sie die Resistenten haben. Das geht nicht. Da treffe ich ihn wahrscheinlich nicht. Vielleicht wirst du mal eine höhere Zahl. Mit fünf. Nein, das darfst du okay sein. Das dürfte. Ach, der ist auch schon wieder resistent, ey. Gegen Stichschaden. Naja. Aber vielleicht nicht gegen Armrüst, aber gegen Langbürgen. Ach... 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 mein Gott ja gut, der hat ihn jetzt aber auch nicht klein gekriegt, ne? das heißt noch einer? ja klar vier Stück dener Wissen ist gesehen soll ich Licht machen? ich weiß nicht, ob das noch notwendig ist ja genau, der kommt auch noch nach da oben warum nicht? alle auf den Bogen schützen wenn das nicht notwendig ist, machen wir uns nicht so, Ellen könntest du schon drauf fahren, ja, ne? komm, hauen, kaputt sehr schön das war's der leckt da unten rum guck mal ja ja Was ist das? mal ist nach das ist schlecht nur als einmal zweimal daneben geschossen was ist schlecht es wird das hier fliegen können das habe ich ab, aber die haben einen Nachteil am abbauen sehr gut der bräuchte auch vielleicht noch ein paar neue kurzschwörter vincent 1 das ist gut, ja ich finde schon geil der macht guten schaden der ist super, der darak überlegt er jetzt was war das? du hast 20 damage gekriegt wieso das denn? jetzt stirbst du jetzt stirbst du da kommt der crit zurück da kommt der crit zurück ja das ist ja ich habe hier halt einen Nachteil ne naja dann geh lieber weg und fang hier einer da hinten willst du hinlaufen ok wo soll ich sonst hin einfach nur hier weiß doch für dich aus das ist das ist das ist das ist das ist das ist wieso so knister 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 und daran wird einfach nicht getroffen ein flinker ork das ist einfach eine fette rüstung er luft elementaren prallen an der rüstung ab das war schlecht ja eine 4 als nächstes machen das ist auch nicht besser ne ja plus 8 haben die aber auch das ist nicht ordentlich so mein freund ich kann es aber fast eine runde macht dann noch dann kennt er mich mehr machen also noch mal den machen dann machst du einen hier drauf und zwei da drauf vielleicht funktioniert es bei den kinetischen würde ich zwei hier drauf machen haltet die mal mal nicht schau leider den einfach fehlt da ich hätte auch ehrlich gesagt nicht nicht aus mir selbst heraus so gemacht in weiser voraussicht ja dann musst du dann dann muss ich mal auf mich hören genau you suck recht hat er fiese würfel jetzt die luft elementaren die sind einfach lange am überlegen ey bei 19 krittet er ne zwei mal hinterminder sehr theatralisch jetzt ja indeed hat er überlegt hat er würfelt aber auch ganz 20 und 16 da jetzt musst du mich rappen möchte nicht töten ja klar sehr schön gut wir machen eine kurze rast und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder macht's gut bis dahin und ciao Ciao ja 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 Vielen Dank.